So ihr Lieben, und da sind wir hier. Wieder. iChat, äh... Ach Carlo, du bist das, okay. Servus, sage dir immer. So, passt alles. Kabel, Audio, passt. Noch ein, zwei Sachen machen. Und dann geht er auch los. So, gucken wir uns erstmal hier um. Na scheiß jetzt, ich entscheide mich. So, da haben wir eine Tür. Gut. Ich mach mal den ersten Raum. Aber wartet nochmal, Chat. Schau euch das an. Das war früher schon gut, das sah früher schon schön und detailliert aus. Ach, ey. Einfach nur genial. Aber Mensch, diese Steuerung ist manchmal so ein... Ich halte mich mal stark zurück. Ich halte mich mal auf schlechtere Sachen setzen, hier. Ja. Ja. Warte mal, ach. Ach, da hat immer ein großes hier. Speichern tue ich jetzt nicht. Warte mal, da ist ein Medi-Pack. Das heißt... Das heißt... Hä? Was... Hallo, was ist denn jetzt los? Ist das Spieldruf oder so? So. Gecheckt. Hier ist nichts. Gut. Ähm... Ich würde sagen, wir ziehen den dann nach hinten. Und dann... Ah ja, klar. Ja, klar. Malten Kugler. Alter. Vergolden wir hier. Aber jetzt wird gespalten, halt für erst mal. Ach, das ist der Raum. Ja. Hier ist gar nichts drin. Hier war das Medi-Pack. Gut. Die hängen dann zusammen. Ich würde sagen, auch Bescheid. So. Die... Hier im Block schiebe ich dann auch mal dagegen. So. Wir wissen ja... Wartet mal. Ich glaube, wir kommen jetzt in diesen Wassergepfiffenraum. Ne, da nicht. Ich habe das Speichern gewassen. Falls das so eine Falle ist, dass da dann... Egal, die Engine ist aber auch... Meine Güte. Spring einfach. Boah. 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 Gehen wir mal hinter die Säule auch abchecken. Hier ist nix. Hi, Hen... Äh... Meine Güte. Meine Augen sind auch wie von einem 100-Jährigen. Stufen kontrollieren. Ja, die Kamera schreitzt natürlich rein. Gut. Okay, Fabian. Kann mir das nicht merken, das weißt du. Teilzeit, wenn es geht, dann rein. So, ich lag auf. Die Kamera ist wirklich much. So. Ja, hier ist nix. Ich kann nicht mehr machen. Äh... Boah, ey, ich sage euch. Pizza Margherita aus der Pizzeria plus ein Red Bull-Eck. Bisse Mischung. Wenn man es nicht verträgt vom Energy her. Okay. Munition. Was machen wir was denn? Nö. Okay, warte. Ist das der Ei... Ah, ja. Praktisch. Dann wird das hier doch... Das Wasserlevel da sein. Ja, gut. Dann kann man den... Wo ich da an die Wand schiehen. Ja, seht ihr? Das weiß ich noch. Hier würde auch gleich wieder ein Krokodil sein, ey, du hast... Ich glaube, wir meckern jetzt nicht über das... Ach, da hätte ich da auch schon hergekommen. Ach, da ist unser Freund. Ich bin ein Krokodil. 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 Ich will nicht gebissen werden. Wir wollen jetzt im Abschlag... Na, wo bist du? Komm. Feige Sau. Ey, guck mal, wie detailreich das ist. Was? 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 Okay. Was ist jetzt Sinn und Zweck hier? Okay. Aha. Aha. Ah, ja. Nee, doch hab ich gleichs gehört. Wir gehen einfach noch mal rein, Sascha. Ich glaub, das war wirklich auch nur der Schlüssel. Ich glaub, das war's. Ich mein, ich hatte den Raum so ein bisschen anders in Erinnerung. Vielleicht war ich nicht auch. Gut, dann ist hier wohl nix. Dann hau ab. Das war knapp, hab das gesehen. Ja, aber wo ist denn dein... Hä? Wie soll die Klappe denn dann aufgehen? Ich hab doch nen Schlüssel. Achter. Chat, alles gut bei euch? Warte mal. Da gehen wir gleich rein. Oder? Ey, jetzt bin ich gleich überfordert. So. Ah ja. Das ist das Level, was ich meinte eben. Chat für die Leute, äh, wo wir die Tage darüber gesprochen haben, von den Windgeräuschen. ich hab' herausgefunden, dass es die auf PC gab, früher, aber nicht auf Playstation. Als ich das schon erwähnt hab, sollte. Voll doof, ne? noch einmal. Ja. Nochmal? Ja. Nochmal? Ja. Ja. heute abend aber kein rp stream aber darauf habe ich ja richtig bock hier genau hat mich so ein teil fucking teil getroffen die schrotflinte haben so viel schuss dafür genau war hier was okay das ist der raum wo wir im moment 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 dass der raum von dem wir unten reingekommen sind und die tür ist aufgegangen wahrscheinlich nur damit wir auch wieder hochkommen das heißt dann war ich hier meine ich ja auf den sockel hier an der säule vor uns sieht man diese teile die wir brauchen den hauptraum wenn ich jetzt nichts falsch macht genau wasser hier müsste jetzt so ein loch sein wo ich den hebel betätigung da ist er doch ah leck mich doch fett ohne tür hier sind wir wieder ausgangsposition das seht ihr doch auch oder gehen mal hier rein ich hoffe nicht dass das eine falle ist sichern wir uns erstmal ab hier ist keine rein da auch noch zwei ich glaube ich glaube wirklich ich glaube wirklich ich glaube wirklich ja ich ok ja ok klar geht das nicht ein schritt noch kaum aber dann geht es wieder runter was ist hier ist nichts wenn ihr mal bedenkt was für level design steigerung zum ersten paar level gibt da oben ist es scheiß ist das so ok hier wird gespeichert aber ich habe zurzeit echt viel spaß mit euch zu zocken war ja ich das wird ein doppelt sprung nehmen wird es nichts und sehr drauf gegangen ok das kann sein dass wir dann darunter müssen wir werden sehen ich muss ja wunderbar das gebiss von ihr das das ist echt ein albraum hier rum zu springen da hoch mit ihr lieber lähem Nein Es ist das Guckt euch die Steine vorher an Und nachher Tausendmal besser aus Hui Oh, hier dran kann ich mich noch so ein bisschen erinnern Ja klar, natürlich Du dreckiges Dreckstück Sorry, ey Immer diese Fickviecher Wär schnell Nein Nein Jetzt müssen wir alles setzen Alter, ist doch nicht wahr, ey So, jetzt muss ich dem zuvor kommen, bevor der mich da wieder runter stößt Komm her Aber er fällt nicht da runter, ne Jawoll Speichern Okay, aber Chat, mit oder? Äh, ohne Kamera Entscheidet mal bitte Ah, ja Dahin könnten wir auch kommen Und ins Wasser Ja Genau Das sind wir schon gesehen Okay Aber nicht die letzte Tür Da kommt noch welche Da ist eine Tür Was ist das hier? Ich bin jetzt hochgegangen, nur für so einen Hebel Ah Wir haben doch hier bestimmt einen Hebel übersehen, oder? Warte mal Geh mal unter mir, äh Nö Nee Hier ist soweit nix Das Stück jetzt auch mal wenigstens Uff Ja Ey Wir gehen hier oben in das Loch Ja Gucken in welche Richtung das rutscht Ja Na genau so Ah shit Ach man Ja Warte mal 10 13 Nimm mal einen großen Na Gucken wir mal wo es dahin geht Ähm Toll für die Nebengeräusche grad Machen jetzt gleich die Kamera an Moment Voll unprofessionell grad aber ok Ähm Ein Stück noch Ein Stück noch Ja Reicht Perfekt Dankeschön So chat da bin ich auch wieder Ähm Bewegt dich doch Irgendeine Lampe ist zu hell Ja Was ist das da ein art Ja auch nicht So ist es gut, Jet, oder? Ah, hier ist auch noch ein Hebel, zum Glück. Soweit ich mich erinnere, ja, genau, ist eine Treppe raus geworden. Stubon, solange es nicht statt, was denn die Kamera? Nö, alles gut. Ist da unten ein Smiley? Sieht so aus. Hier ist wieder... Ah. Ja, chill doch mal, ey. Warum, Lauferei? Schönes Level, muss ich echt sagen. Schön, ausgefallen. Hä, wie, Töck? Könnten da rüberspringen, eigentlich laufen sogar, aber lassen wir erst mal, wir gucken weiter um. Nichts überstürzen. Naja, aber ich finde die schön. Aber guck mal, wir kommen jetzt wieder da hoch und, ähm, ja. Wir können ja wieder runtergehen, das ist ja nicht. So. Was ist die Gegend, die Wand wieder behindert? Sorry. Das ist dann ziemlich von meiner Aussage selber. Ja, seht ihr, links ist noch eine Schräge, die müssen wir wahrscheinlich auch noch dann... Ja. Ja, ne? So weiß ich nicht, wie Penisfiguren. Jo, wahrscheinlich. Alter, in echt... Boah. Mir würden die Beine abfallen vor Zitterung. Boah. Ist auch früher auch passiert, dass ich mal die Tasse aus der Renegade irgendwie lockerer gelassen habe, sondern... Plang! Ja, ich stehe ganz runter. Jo. Wie, die kann nicht über die Ecken sich hangeln? Würdest du mich verarschen? Was mache ich dann hier oben? Moment, haben wir irgendwas übersehen? Nee. Jetzt... Jetzt... Ich habe Önangst, ja, also wenn so was geht, definitiv. Den Schalt haben wir doch... Jetzt... Warte mal. Auch wenn es rituell ist, kriege ich da... Ah. Die können wir uns runterlassen. Warte mal. Ja doch, sollte klappen. Ich glaube da einfach runter und sage... Genau. Ein ganzer Raum für einen Schalter. Und wir sind im Raum der Penis hier gut. Zweifeln. Ach nee, komm ey. Nicht die schon wieder. Jig, er schmeißt dich selbst doch unter, du Opfer. Boah, aber was dann auch noch kam, ey. Ich speichern einfach hier oben an der Treppe. Ist aber so. Und irgendwie ist das so, äh, die zeigen, dass du halt kaum Chance hast. Ich hoffe, dass ihr runterspringen hier speichert. Hallo, Kremlitz. Schön, dich zu sehen. Hm. Dann müsstest du halt wieder mit Pamka ein bisschen, äh, perroschen. Ja, ja. Bring doch einfach und still den jetzt. Unfierisch, du Scheiße. Ja, steck die Waffe weg. Ist ja keine Gefahr voraus. Meine Fresse. Geht doch. Warte, 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 warte. So einfach, lass mich hier nicht abspeisen, aber doch bestimmt noch was kann. Ja, da ist auch was drin. Ja, ist gut, nicht springen. So, wir haben zwei Seiten unten schon. Machen wir doch von hier oben gucken. So. Es kann sein, dass die anderen uns dann eröffnen, den Weg. Jett, springen oder lieber doch runtergehen? Mein Name ist Turok. Ja, ja, kenn ich. Warte mal. Mach jetzt mal was. Ja, der ist da. Hier kommen die Profis. So. Jetzt war ich gerade abgelenkt. Guck, woanders hin. Und, äh, egal, der hat mir einen leeren Bereich gezeigt. Da waren wir doch schon, ne? Warte mal, dann nehmen wir das Stück aus. Ja, aber da war doch nichts mehr unter Wasser. Ach, jetzt schenke ich. Das ist doch die Tür, die dann aufgeht. Klar. Okay, die sind miteinander verbunden. Gecheckt. Hier müsste ich doch dann... Ich habe das Level so ein bisschen vergessen, wie krass das ist. Das ist einfach nur, ne? Zweiteile haben wir, zweiteile brauchen wir noch. Weißt du was, wir gehen da erstmal runter. Vielleicht liegt da ein Schalter, ist da ein Schalter, den wir benutzen müssen. Dann müssen wir wieder da hoch. Erst mal gucken. So, komm. So, komm. So, morgen Gegner, komm. Freit sogar. Gott sei Dank, Mann. Gib jetzt den Pumpgang. Der Volk, genau meine Reaktion. Ja, Musikspiel wohl. Komm. Also hier ist Null. In... In the face. Oh, jeden. Guckt euch das Gesicht mal an. Wartet mal ein Mikro ein bisschen, ja. Guckt euch das Gesicht nur an. Die Augen sehen ja geil aus. Und dann wieder hier. Weil man weiß ja auch nicht, was geil ist manchmal. Ich habe so einen YouTuber gesehen, der sagt, ja... Ähm... Mit den Dialogen und blablabla haben sie sich gespart damals. Ja, aber das Spiel war ja geil. Moin, moin. Yes, genau. Günter Jarrag. Servus. Die Bauten sagt ihr. Toll, meine Katze kommt genau jetzt. Guck mal hier. Ja, meinst du hierherberstack? Da, kein Bock. Okay. Ja. Ja. Die legt sich auf, mein Streamlight. Legt sich dein. Gestern war halt... Ach, gestern, was labere ich denn da? Ich meine, früher hast du halt, ähm... Ich weiß nicht, ob die Leute noch Bock hätten, so viel zu klettern wie in dem Teil. Also, mir hat es Spaß gemacht. Ja. Genau. Finde ich auch. Aber du siehst ja, manche Zuschauer kommen nur in Stand-AP an. Also, wenn es um GRP geht, finde ich schade, aber okay. Das, was das ist. Das heißt, mit dem Spinnen. Warten mal, hier können wir auch. Okay, ja. Bier speichern jetzt erstmal. Ich habe keinen Bock nochmal, die Typen da fetzt zu machen. Das ist krass, ne? Sechs Stunden und dann wartet. Wo führt mich das hin? Davon komme ich doch. Aber wahrscheinlich soll ich dann davon zurückgehen. Ja, keine Ahnung. Hä? Habe ich jetzt noch verpasst, oder was? Moment mal. Ah ja, okay. Ungast machen und unterhalten. Solche Games sind schon so unterhalten. Ja, das stimmt. Dazu kommt auch noch, dass du halt... Wenn ihr das Spiel wirklich... Man mögt und kannst das genießen mit dem Streamer. Also, weißt du, das Abenteuer noch mal neu erleben. Darum geht's mir. Ich will... Guck mal, als Streamer musst du ja auch so denken. Du kannst dich nicht immer nur auf eine Sache stützen, damit du... Sie hat sich auf eine Sache gestürzt. Oh Gott, weh. Battlefield. Battlefield war es. Ich habe früher so gern gespielt. Hat man früher war das auch ein reines Multiplayer. Dann mit Story. Dann wieder ohne. Okay, was hat uns jetzt der Raum gebracht? Ich muss noch irgendwo hoch springen. Ah ja. Gut. Das ist so eine typische Szene, wo es gleich geht. 1942 war ja das erste und das war einfach eine Genial. Battlestar war mein Lieblingsteil. 3 war okay. 4 war ein bisschen schlechter. Die anderen Teile waren dann... Merkst du einfach nur noch Richtung Commerz, ne? Der Raum ist wirklich überflüssig. Krass. Ne, machen wir keinen großen Sprung. Hier hast du aber Entwickler noch dann gehabt, die lieber eingebaut haben. Oh ja, wir zahlen kurz vor Augen. Ah, die Map war sowieso legendär. Das war doch die, wo die Amis auf den Schiffen starten. Oder ne, von der Base und die Russen vom Merklar. Glaube ich, ne? Ein Battle für Bad Company 2 noch. Gold noch. Jaja, Bad Company habe ich vergessen. Das habe ich auch gesagt. Geil. Da war der Sound geil. Du konntest die Häuser zerbomben. Und dann mit dem F-35S RAPE. Ich habe die Helikopter geliebt. Ich war so präzise mit den Dingern. Ich... Warte mal. Ich... Doch, doch. Wir haben was nicht gecheckt. Loy. Was soll ich da wieder hinlaufen? Lang ist her, ne? Fast 20 Jahre schon. Klasse. Die Zeit, wie die übergeht. Ja, auch. Was viel auch unterschätzt haben wir ja, das Amphibienfahrzeug, ne? Was ja auch, ähm... Überall hingekannt mit. Schauen wir erst mal hier rein. Das ist nix. Das mache ich, mache ich. Aber ihr seht, wenn du nicht genau hinguckst, über sich ist alles. Aber hier muss doch ja auch irgendwas sein. Aber wir speichern nun, dann schauen wir mal. Far Cry 1 habe ich auch gesuchtet. Hä? Okay, okay, okay. Jetzt muss ich mich hier entlang hangeln. Aber wohin hier? Boah, habe ich den Multiclare gezockt? Weiß ich gar nicht. Aber das war, äh, damals haben wir alle gesagt, boah, geile Grafik, geile Grafik. Weiß ich nicht, ob ich da kenne. Oh. Das ist wie versteckt. Das wie versteckt, ey. We were here. Ich glaube... Ähm, achso, das meinst du? Das ist so eine Art Temple Runner, ne? Ähm. Ist gut, welches Spiel ich euch mega empfehlen kann, ist... Ähm... It Takes Two. Einer mit der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe, wo man zu zweit zocken kann. Alter, weiß ich nicht, ob die da die überlebten Sprung, ey. Wir speichern. Ja, nein, au. Okay, hat doch. It Takes Two, da, äh, da wo die zwei Typen aus dem Knast ausbrechen müssten. Das ist, wenn ihr da jemanden habt, den ihr da zocken könnt, macht das. Das ist echt geil. Aber It Takes Two, da habe ich noch nie so ein Spiel erlebt. Wie das. Alleine kannst du das doch gar nicht spielen. Da bra... Ach, komm Mädchen, ey. Springt die da wieder runter. Ja, gut, mach halt. Ich glaube, wenn der Move hier fehlen würde, wären aber einige angepisst. Äh, von Brighter Fans, ganz ehrlich. Gehört dazu. Wie das... Keine Ahnung. Das wird gerade nicht sein. So. Ich schaue hier, geh geh geh. Okay. Speichere ich erstmal, dann gucken wir mal, ob wir den Sprung schaffen. Was, nochmal? Lara, keine Zeit. Jetzt überall Todeshandel. Ach so, du meinst ja in den neuen. Ja, auf jeden Fall. Hoppala. Hat geklappt. Aber hier waren wir doch eben schon. Warum ging hier nichts auf? Alter, putzt ich doch. Hier haben die auch einiges gut versteckt noch. Auch für die heutige Zeit. So, dass du halt ein bisschen Zeit brauchst, bis du findest. So, wir haben alle Teile. Das heißt, ich nehme das Medi-Pack da oben, jetzt nicht mit Chat. Das lassen wir jetzt da oben, also. Da müsste ich da hinten wieder hoch. Das ist egal. Warte, ist Wasser hier. Ja. Ja, ja. Nein. Das war knapp, wa? Digga, ich würde da niemals reinschwimmen. Geht die Tür wieder oben zu? Arschkarte. Bei Tomb Raider höchste Priorität, guck dir alle Ecken und Kanten an, sonst denkst du den. Ich glaub, das ist ja die Verbindung zwischen den beiden Leveln. Ja, ich nehme mal den Dingsman. Bis zu uns aufweilen, sonst aber keine Luft. Aircraft. Oh mein Gott, ich werde aber knapp jetzt hier. Gucken gerade aus, ah, da ist er auch noch. Weiß ich. Wir brauchen jetzt Glück, dass wir den Ausstopf sofort kriegen. Ja, natürlich ist der Gang einfach Kilometer lang. Ja, warte, warte, ich habe früher auch so gespielt, kein Problem. So. Das schaffen wir. Ja, da atme mein Unterwasser durch auch wohl. Ja, klar, wunderbar. Nee, Junge. Komm ins Wasser. So, weil er ist, bereiten wir uns schon mal grad schön darauf vor, wenn wir aus dem Wasser kommen. Ich dachte, hab ich das liegen lassen? Nein. Nee. So, wir müssen ja mal ein bisschen abpassen. Der ist hinter mir, das ist gut. Du Pisser, komm, hör! Ach, sorry für den Wortwahl, aber... Echt? Echt? War da noch was in Wassersekunde? Ach, da hinten, ey. Ihr habt aber auch Augen. Ja, klar. Ihr, 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 ihr Diger, ihr Wölfe. Danke. Das wäre ich ohne euch, ey. Oh, das sieht aber auch, die alten Dinger sahen cool aus. Ich hab mich nicht erschrocken, weil ich's noch schnell genug lesen konnte, bevor ihr mich erschrocken hättet. So, das habt ihr nicht gesehen, Punkt. So. Ja, das hast du verballert. Gleich alle so, oh, ich hab hier auch noch 10.000 Punkte. Komm, lass mal den Mini-Rind ein bisschen ärgern. Ich hab das einmal selber gezündet und hab mich erschrocken, ey. Muss man merken. So, speichern. Wir sind Weicheier, was das angeht. Ja, klar. Natürlich. Und sie fällt einfach da rein. Oh, schuldigung. Ich kann dir einen kotzenlos geben, aber bringt nichts. Habe ich ja dann selber ausgelebt. Ich will hier aber auch nicht starten, gerade so, weißt du. Gut, von da kamen wir. Ja, doch, von da kann. Jetzt geh ich mir erstmal hier unten alles angucken. Wir hatten den Stahl gerade abgelenkt. Hier müsste auch Medipack irgendwo sein bestimmt. Da ist eins. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, vielleicht haben die ein bisschen zu viel Chili gefüttert. woher. Das müssten ja Aliens oder so was sein, ne? Rein vom… Waren es doch, glaube ich doch. ach aha jetzt wird es eigentlich geil wenn es das ende von dem spiel ist jetzt cool also nicht vor dem spiel von dem level ich setze mich nicht mehr bequem hin warum sitze ich denn so verkraft all die rätsel habe für was halt mal eins fest die rätsel haben wenigstens das gehirn noch angestrengt nicht wie heute diese quicktime events wo ich drauf scheißen kann man mal ganz ehrlich und zwar für die wortball aber hier musst du noch gucken habt ihr den raum gesehen wo ich extra muss er handeln musste und wir dann erst öffnen konnten letztlich tot gesucht wenn du das spiel nicht gekannt hättest heutzutage ist das anders die menschen ist so wie sie nun mal geworden ich kommen wir entwickeln das leicht ich habe schlecht reden auch falsch jetzt geht die tür auf ne heute kein geht ja aber dafür war ein bisschen von breit bei alten stüben nicht auch aufgeschnitten und links wo ist so okay da bin ich froh dass wir das level jetzt erstmal so zum stück hinter uns haben zum teil meine ich ich habe mich früher so gefragt wie kann das denn hier blühen wenn aber alles zu ist so ne ja 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 ja